Hi meine Lieben und Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu diesem neuen Video von mir. Heute gibt es mal einen kurzen Haul, weil ich dachte, ich zeige euch mal... Also ich filme jetzt hintereinander zwei Videos, einmal einen High-End Haul und einen Drogerie Haul. Und ich dachte, ich zeige euch mal so Querbeet, was ich so im DM, Rossmann, Müller und so weiter gekauft habe. Und ja, dann würde ich sagen, fang wirklich an. Als allererstes Produkt habe ich tatsächlich eine Sache, die ich nicht direkt bei Rossmann oder so gekauft habe, aber es gibt jetzt bei Rossmann, Müller und DM überall Asam Beauty. Und ich habe einen Skin Tint gefunden. Das hier ist der Skin Tint, hat einen SPF 50, gibt es in kolossalen zwei Farben. Ich habe hier die Farbe Soft Ivory. Und das Packaging, wunderschön, wunderschön. Es steht drauf, es ist eine leichte Foundation, dann ist es für mich kein Skin Tint. Und, also, ungelogen, es steht hier hinten drauf, in der Focus läuft, leichte Foundation. Hat einen Lichtschutzfaktor von 50, nice to have, wird nicht ausreichen. Hat 20ml nur drin, das ist echt wenig für den Preis. Ich habe natürlich einen Rabattcode von Maxim genutzt, weil ich gesehen habe, dass er für die gerade Werbung gemacht hat. Und da muss ich euch mal was zeigen. Das ist doch nicht Soft Ivory. Also, das kann mir doch niemand erzählen. Dass das... Also mir kann doch niemand erzählen, dass das... für Ivory Haut gemacht ist. Das ist meine Summer Shade. Jetzt mal ohne Mist. Also, ähm... Ich werde sicherlich gleich wieder gehatet, weil ich, äh, was gegen Asam sage. Ich liebe Asam Beauty. Ohne Mist. Ich würde mir sonst nichts von denen kaufen. Das ist alles selbst... Ich habe wirklich... Nicht ein Produkt von denen habe ich zugeschickt gekriegt. Ich habe alles selbst gekauft. Ich habe sogar den... Den... Nach meinem schrecklichen... Äh... Concealer-Bidi... Habe ich mir den Liquid Camouflage Concealer von denen nochmal gekauft. Um zu gucken, ob die neue Formulierung besser ist. Und die war super. Wirklich. Ich mag den auch. Also, der ist nicht mein absolut liebster Concealer. Dafür mag ich andere mehr. Ähm, aber... Also, die Shade Range. Es gibt zwei Farben. Zwei. Und das soll für die helle Häutchen sein. Also, jetzt mal ohne Mist. Also, das passt mir doch nicht. Das ist meine Sommerfarbe. Und dann oxidiert es auch noch so extrem. Moment, ich zeige euch das. Das ist frisch aufgetragen. Und das ist das, wie es auf der Haut aussieht. Seht ihr den Farbunterschied? Das oxidiert und wird total dunkel. Für mich ist Asam eine Marke, die ich sehr gerne mag. Und ich probiere super gerne Sachen von denen. Ich liebe den Lippenstift in der Farbe Hazelnut Heaven. Ich liebe den... Den Bronzer. Den Blush. Die Highlighter. Die Lidschatten. Das ist alles top. Wirklich. Topnotch. Wirklich. Highend Niveau. Aber das... Nee. Also, nee. Das Packaging, wunderschön. Der Preis vollkommen angemessen, wenn es ein guter Skindland ist. Bei mir ist das Problem, genau wie bei den Matching Finish, dass sich das bei mir übelst in die Falten reinsetzt. Okay. Habtrockene Haut. Vielleicht einfach nicht mein Ding. Ähm. Und es wird bei mir, weil die Farbe einfach nicht passt, super fleckig. Und das finde ich sehr schade. Egal. Ähm. Kommen wir zum nächsten Produkt, was ich zusammen mit dem Skindland bestellt habe. Und zwar ist das auch von Asam Beauty. Der Care. Ist das der Care & Protect Lip Balm in der Farbe Melon. Hat auch ein SPF von 30. Das ist super für die Lippen geeignet. Es hat ein bisschen so einen Eigengeschmack. Aber das ist wenig schlimm für mich. Ähm. Gerade für... Jetzt war es sehr, sehr sonnig. Heute ist der erste Tag, wo es ein bisschen schlechteres Wetter ist. Gerade dafür ist der super geeignet. Der pflegt die Lippen schön. Ich mag den sehr, sehr gerne. Ähm. Ihr habt hier drin 8ml. Das ist auch vollkommen okay. Und eine 12-monatige Haltbarkeit. Da hat man den auf jeden Fall aufgebraucht in der Zeit. Das ist super. Gerade für den Sommer perfekt, wenn man so auf die Sonne achten muss. Und vielleicht nicht unbedingt was krasses auf den Lippen tragen möchte, wenn es super warm ist oder so. Das ist auf jeden Fall ein klasse Produkt. Bin ich super zufrieden mit. Das ist wirklich... Also das ist für mich... Asam ist so hit or miss. Das ist ein geiles Packaging. Das ist ein total cooles... So, was man machen kann. Und dann verkacken die die Farben so. Also sorry, not sorry. Wirklich. I have to be honest. Und mir ist es auch egal, was Brigitte dazu zu schreiben hat. Die Farben sind kacke. Sorry. Also... Und gerade eine Brand, die jetzt in Rossmann, DM, Müller, im Fernsehen, Influencer-Marketing machen. Die müssen das doch hinkriegen. Zumindest fünf Farben. Eine ganz helle. Eine zweit so hell-light mäßig. Eine Medium-Farbe. Eine für so Medium-Tan. Und eine Dark. Also wirklich, fünf Farben. Ist das zu viel verlangt? Also I don't know. Ich weiß nicht. Gerade bei einem Skin-Tint würden fünf Farben vielleicht sogar reichen. Weil die... Natürlich die Coverage nicht so hoch ist wie bei einer Foundation. Also Asam, wirklich... Bringt da bitte eine hellere Nuance von raus. Eure Concealer sind top. Die Farben sind toll. Aber das ist echt eine Zumutung. Sorry, not sorry. Okay, next. Ich habe hier den Liquid Balancer von No Cosmetics gekauft. Einfach aus dem Grund, weil meine Haut sehr, sehr trocken war. Und ich habe so immer wieder ein bisschen Angst, dass meine Hautbarriere irgendwie so ein bisschen angegriffen wird durch zu starke Actives. Weil ich ja doch hin und wieder mal andere Produkte ausprobiere und so weiter und so fort. Und dann ist das einfach so ein Staple, was so ein kleines bisschen die Haut wieder runterbringt. Das steht auch Karm drauf. Also es ist auf jeden Fall ein Produkt, was so die Haut beruhigt und nochmal den pH-Wert neutralisiert und so weiter und so fort. Schönes Produkt mische ich immer... Gebe ich unter meiner Creme auf. Also erst... Erst sollte man einen Toner geben. Dann sollte man einen Serum benutzen und dann die Creme also von flüssig zu fester Form gehen. Und das ist immer so entweder der erste oder zweite Step. Je nachdem wie ausgiebig ich meine Skincare mache. Das ist ein tolles Produkt. Das hier auch, by the way, um Asam mal wieder ins Licht zu rücken. Ich liebe... Ich liebe Asam. Aber die... Ja, lassen wir das. Next. Ein Produkt, was ich noch nicht ausgetestet habe, was ich aber sehr, sehr interessant fand. Und zwar ist das von Judith Williams Cosmetics, der Magic Wonder Eye Balm. Wunderschönes Packaging. Soll wie so eine Mischung aus Concealer und Creme sein. Hat so eine weißliche Konsistenz. Also ich habe den schon mal geswatcht, nur noch nicht ausprobiert. Aber ich war auch erschrocken. Es gibt eine Farbe. Eine. Eine Farbe. Was ich schon mal sehr schwierig finde. Ich bin nicht das hellste Häutchen. Aber seht ihr, wie orange das ist? Das ist orange. Das ist... Das ist... Das ist... Auch das ist nicht meine Farbe. Und ich bin nicht die hellste Haut. Ich verstehe das nicht. Warum kriegen die das nicht hin? Einfach mehr Farben rauszubringen. Sorry. Also gerade Judith Williams, die ja... Keine Ahnung. Bei Höhle der Löwen... König der Löwen. Höhle der Löwen saß mit Expertise noch und nöcher. Ist das dein Ernst? Sorry. Also bin heute ein bisschen shady unterwegs. Ich werde es austesten. Ich gucke, ob es vielleicht weniger oxidiert auf meinem Gesicht. Das kann natürlich sein. Sieht sehr interessant aus. Hat Rialuronsäure drin. Ich werde es probieren für so ein No-Make-up-Make-up. Ob das für mich funktioniert oder nicht. Im Sommer kann ich es vielleicht tragen. Aber jetzt gerade ist es mir höchstwahrscheinlich zu dunkel. Kommen wir mal zu einem richtig geilen Produkt. Und das habe ich dem Letzten erst für ein Real ausgepackt. Und zwar der Shine & Click... Crick? Click. Click. Ja. Der Shine & Click Lipstick von Dren It Up. Das ist die Farbe 30. Der kommt natürlich wie die von... Wie diese High-End-Alternativen oder die von NYX oder von Catrice. Mit so einem Click-System. Und dann ist das so eine glossige Konsistenz. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich finde die Farbe wunderschön. Wenn ihr die aufgetragen sehen wollt, schaut bei mir mit YouTube Short oder Real vorbei. Und jetzt mache ich mich ums Fenster auf. Hat eine schöne Farbe. Finde ich super cool. Habe ich schon ausgetestet. Wie gesagt, wenn ihr das sehen wollt, schaut bei YouTube Short oder Instagram vorbei. Link ist in der Infobox. Dann habe ich ein komplettes Video zu dem nächsten gemacht, was ich hier zeige. Und zwar, ich zeige euch das jetzt ganz fix. Zu der Got a Crush in Apricot L.E. von Essence. Das hier ist der Highlighter. Den fand ich sehr schön. Nur ein bisschen dunkel für meine Haut. Und der Blush. Und den finde ich sehr, sehr schön. Den werde ich euch nochmal in ein Real extra auftragen. Weil einige sich gewünscht hätten, dass ich den nochmal so zeige. Werde ich auf jeden Fall für euch machen. Mache ich. Bis zum bald. Okay? Ja. Dann habe ich hier noch dazu passend den Freckle Pen. Den Freckle Pen und auch das Lip Care. Das finde ich übelst gut. Gerade für vor die... Bevor man irgendwie was aufträgt. Hier an Make-up oder so. Mache ich mir das als letzten Skincare-Step auf meine Lippen. Und dann funktioniert alles sehr schön. Ich finde gerade tatsächlich die Lippenprodukte dazu nicht. Aber ihr habt ja das Video gesehen. Also könnt ihr mir glauben, dass ich die auch gekauft habe. Und zwar geht es um die Generation Joy L.E. Das hier ist jetzt dieser Primer dazu. Dieser Magic Skin Perfector. Den finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr gut. Mag ich sehr gerne. Habe ich jetzt auch schon öfters einfach so mit Concealer getragen. Finde ich ein sehr gutes Produkt. Mag ich gerne. Dann habe ich ja hier noch von dieser L.E. die Burgunderfarbene Mascara. Diese roséfarbene Mascara. Die fand ich ja auch nicht schlecht. Video dazu, wie gesagt, ist auf meinem Kanal. Findet ihr auch relativ weit oben noch. So. Die Farbe finde ich auch sehr schön. Gerade für den Sommer auf jeden Fall mal was anderes. Und dann habe ich hier noch den Blush Stick. Blush Leiter Stick. Der diese Farbe hier hat. Dann muss ich ehrlich sagen, ich habe den nicht wieder benutzt seit dem Video. Werde ich aber auf jeden Fall dann Richtung Herbst auf jeden Fall öfter benutzen. Weil mir die Farbe dafür sehr gut gefällt. Zu diesen drei Produkten habe ich auch schon eine YouTube Short und ein Reel jeweils hochgeladen. Und zwar geht es um die Sun Kisser Blushes & Bronzer von Maybelline. Die sind neu. Tatsächlich. Also ich kann euch ja wirklich sagen, mir gefallen die Bronzer weniger gut. Das sind die Farben Shades On 08 und Soul Surge 03. Diese beiden hier. Also die kann man auf jeden Fall benutzen. Und gerade vielleicht für so ein No Makeup Day, wo man so ein bisschen Schimmer Bronzer haben will im Sommer. Wenn die Sonne geil scheint, kann ich mir die gut vorstellen. Aber auf jeden Fall die beste Farbe ist die Farbe 05 Blazing Blush. Ich liebe diese Farbe auch in den Lipglossen. Das sind ja dieselben Farben wie in den Lipglossen. Das ist dieses helle rosa Pink. Das ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Die fand ich auch richtig, richtig gut. Muss ich echt sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann habe ich mir noch einen Blush gekauft, den ich noch nicht ausgetestet habe. Einfach aus dem Grund, weil ich das an demselben Tag gekauft habe wie die Generation Joy LE. Übrigens, da fehlen gerade noch der Lip Liner und der Lippenstift. Die habe ich irgendwo hin. Ich finde sie gerade nicht. Irgendwo in meiner Schminksammlung. Ich muss die mal wieder aufräumen. Ja, die finde ich gerade nicht. Aber ihr habt sie ja im Video gesehen. Und zwar von Revolution. Und hier können wir mal bei, wirklich, bei DM über dieses Packaging jetzt reden. Dieses Umverpackungsmäßige, um das Siegel. Also um die verschlossenen Seiten. Wie bescheuert ist das? Also das klebt, da heftet sich ständig irgendwas dran. Das ist voll eklig. Das ist auf jeden Fall die Blush Balm von Revolution. Ist seit Ewigkeiten das erste Produkt von Revolution, was ich testen möchte. Habe ich noch nicht. Ist ja noch vollkommen verpackt. Das ist die Farbe That's Fly Nude. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ist jetzt gerade im DM verfügbar. Schaut auf jeden Fall gerne mal vorbei. Ich werde es euch wissen lassen. Ich werde dazu auf jeden Fall noch ein Video drehen. Seht ihr dann auch wieder entweder auf TikTok, YouTube Shorts oder Instagram. Genau. Dann kommen wir auch schon zum vorletzten Produkt. Ich habe mir seit Ewigkeiten mal den Läscher Auge, also den Concealer von Maybelline gekauft. Einfach, weil ich gerade auf der Suche nach einem sehr guten Drogerie Concealer bin. Ich habe den ja dem letzten getestet. Den habe ich mir auch relativ neu gekauft bei Müller. Den Make-Up Factory Hydra Stay Concealer. Den fand ich sehr interessant. Deswegen habe ich mir den mitgenommen. Und den hatte ich schon mal. Den fand ich auch mal gut. Aber den habe ich Ewigkeiten nicht nachgekauft, weil ich ganz lange den von L'Oreal gemocht habe. Aber irgendwie kriegt der gerade in meine Falten. Und ich weiß nicht warum. Vielleicht ist es eine Augenpflege oder so, die sich damit nicht so verträgt. Ich will den mal austesten, ob der eventuell bei mir besser funktioniert als der von L'Oreal. Deswegen habe ich mir hier die Farbe 00 mitgenommen. Ich bin einfach so hell zur Zeit. Es ist wirklich eine Katastrophe. Naja, wir werden das schon hinkriegen. Und dann habe ich mir... Eigentlich habe ich mir zwei Lip Liner aus der neuen Art Deko mitgenommen. Ähm, ich hatte glaube ich den Blush dazu. Den habe ich hier. Also aus dieser LE. Den Blush habe ich euch glaube ich schon mal gezeigt. Oder kann das sein? Den hier auf jeden Fall. Der ist so, 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 so schön. Ähm, das ist der Sun Kiss Blush. Den habe ich mir auf jeden Fall mitgeholt. Also, so sieht der Ganze aus. Wunderschöne Farbe. Träge ich auch zur Zeit öfter. Und passend dazu habe ich mir von auch Art Deko den Lip Liner mitgenommen aus der LE. Und eigentlich habe ich zwei Farben mitgenommen, aber die eine finde ich gerade nicht. Das ist jetzt die Farbe 117. Ähm, ist so ein bräunliches Nude. Halt wie alles, was ich so trage. Äh, ist ein sehr schöner Lip Liner. Hält gut. Habe ich auch schon ausgetestet. Finde ich gut. Ist in meiner Daily, ähm, Routine mit drin. Aber heute trage ich einen anderen. Und zwar trage ich, ich glaube, die Farbe Oak von MAC. Auf jeden Fall ein MAC Lip Liner. Genau. Ähm, das waren erstmal soweit alle Drogerie-Produkte, die ich gekauft habe. Ähm, falls ihr irgendwie Fragen zu Produkten habt oder so, oder wenn ich euch nochmal ein Reel zu dem Asam Skin Tint abdrehen soll. Das werde ich, glaube ich, einfach machen. Oder wenn euch irgendwie nochmal was einzeln interessieren sollte, schreibt mir das super gerne. Dann drehe ich euch auf jeden Fall nochmal ein Reel dazu ab. Ansonsten würde ich sagen, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen haben sollte. Sorry für den, also eigentlich nicht sorry, aber Entschuldigung, dass ich mich so aufgeregt habe über die Farben von dem Skin Tint. Ähm, ich finde es einfach schade, weil gerade, das ist eine teurere Marke als Revolution oder so. Also, die müssten eigentlich schon dafür sorgen, dass die Shade Inclusivity ein bisschen höher ist. Egal. Ähm, ansonsten, falls euch das Video gefallen haben sollte, trotz meiner Negativität, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Es wird in dieser Art und Weise auch nochmal ein High-End-Haul online gehen. Deswegen, ich weiß gerade nicht, welches Video erst online geht. Ich glaube, das hier. Ähm, ansonsten, aktiviert gerne die Glocke, drückt da zweimal drauf, damit ihr auch benachrichtigt werdet, wenn das nächste Video online geht. Schaut super gerne bei meinen Social-Media-Seiten noch vorbei. Also sowohl Instagram, TikTok, als auch YouTube-Shorts bin ich noch etwas aktiver als hier. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, was auch immer, wann ihr das Video schaut. Ähm, und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!